Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Care Energy, dem Energiedienstleister der Energiewende. Weitere Informationen auf www.care-energy.de 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 Und wups, ist die Luft aus der Halle weg. Die Wärmehalle in Berlin hat es überstanden. Die Saison ist vorbei. Einen ganzen Winter hat diese Halle für viele Obdachlose Menschen Unterkunft geboten. Und heute wird sie abgebaut. Wir wollen Bilanz ziehen. Was hat die Halle gebracht? Was hat es an Innovationen gegeben, an Veränderungen gegeben? Betrieben wird diese Halle von der Berliner Stadtmission. Die Infrastruktur wird von dem Energiedienstleister Care Energy zur Verfügung gestellt. Und ich begrüße Sie zu einer Spezialausgabe von Leben mit der Energiewende TV. Man muss nicht allzu viel Übung haben. Es reicht, mit viel Herzblut bei der Sache zu sein. Die gute Sache ist, dass wir gemeinsam mit der Stadtmission in Berlin Obdachlosen ein Notquartier bieten. 15.000 Obdachlose konnten in diesem Winter in unserer Notübernachtung, in unserer Traglufthalle schlafen. Das ist nicht nur ein neuer Rekord für Berlin. Das ist auch jeder siebte Platz, der in Berlin für Obdachlose zur Verfügung steht. Wir verhindern, dass Menschen auf der Straße erfrieren, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Und wenn man sich dann bewusst wird, wo wir uns normalerweise in die warme Stube zurückziehen, ins Bett legen, schön zudecken und knutschen und kuscheln, das haben diese Menschen nicht. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich auch über diese Saison jetzt vielen, vielen Leuten, nämlich 100 Personen am Tag bzw. in der Nacht, ein warmes Haus geben durfte. Dieses Jahr sind wir sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben die komplette Halle ausdacht versorgt mit PV-Anlagen. Und da sehen Sie schon heute, da wir gestern zu viel Vorbereitung gemacht haben, dass es heute ein bisschen schneller geht beim Abbau. Haben wir schon gestern gesorgt, dass die PV-Anlagen komplett getrennt werden vom Traglufthalle. Und da sehen Sie das Ergebnis. Da sind wir heute um 9 Uhr angefangen und dann momentan ist es 10.30 Uhr, 10.40 Uhr, sind wir fast fertig. Wie viel Prozent konnte mit den Photovoltaik-Modulen ungefähr abgedeckt werden? Ich kann sagen, dass es ca. über 90 Prozent derjenigen, die hier gebraucht werden, wurden über unsere PV-Anlage. Natürlich haben wir ein Backup, das wir speichern. Definitiv alles, was nicht gebraucht wird, wird gespeichert. In der Nacht, in der Stunde, wo es keine Sonne ist, wird wieder aus dem Backup rausgeholt. Die Wärme wurde produziert über Flüssiggas, das ist ein Autarksystem, genauso wie PV-Anlagen, sodass die Energie im Halle am Tag zwischen 21 in der Nacht im Bereich 19 und 18 Grad geschafft wurde. Natürlich, es ist ein Care-Energy-Projekt. Wir versuchen uns jedes Jahr, jeden Tag besser und weiterzuentwickeln und besser zu werden einfach. Und so ist es auch bei diesem Projekt. Dieses Jahr erstmalig haben wir nicht nur die Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt und das ganze technische Equipment rundherum, also nachhaltige Energieversorgung und so weiter und so fort. Nein, wir haben einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, was braucht der Mensch eigentlich noch? Wo leidet es quasi? Und da haben wir bemerkt, dass einfach die medizinische Versorgung als solches auch bei diesen Menschen sehr, sehr schlecht ist. Wir gehen auch wieder davon aus, normalerweise gehe ich zum Arzt, wenn mir etwas nicht passt, normalerweise gehe ich zum Zahnarzt, wenn ich Zahnschmerzen habe, aber die Hauptmahlzeit ist hier ein Topf und dieser ein Topf hat einen Grund, nämlich weil nur mehr ein Zahn sozusagen drinnen steckt. Und so haben wir gedacht, okay, ein Zahnarzt-Service wäre wahrscheinlich genau das Richtige. Also nicht die Allgemeinmedizin, sondern ein Zahnarzt-Service. Und dazu habe ich eben einen ehemaligen Krankenwagen gekauft vom Bayerischen Roten Kreuz, habe den nach Hamburg überstellt und Care Medical Service gehörte zu unserem Dienstleistungsunternehmen dazu. Da haben wir auch eine kleine Zahnarztpraxis geleitet von der Christine Alt, das ist eine Zahnärztin in Hamburg und die Dame ist also jede Woche am Dienstag mit dem Krankenwagenassistententeam und dem Thorsten Hofmann von unseren Mitarbeitern hochgefahren hier nach Berlin, von Hamburg nach Berlin, hat Zahnmontage gemacht, hat Zahnreparaturen gemacht, hat Extraktionen gemacht, hat Prothesen gesetzt, also wir haben auch Teil- und Vollprothesen auch gesetzt und hat die Menschen einfach wieder, ich sage mal, ein kleines Lächeln wieder zurückgegeben und auch ein Lächeln, für das man sich nicht genieren muss. Der Bedarf in Berlin ist sehr hoch. Es werden wahrscheinlich nur 60 bis 70 Prozent derjenigen, die einen Platz benötigen, einen bekommen können. Und wenn wir jeden siebten Platz als Privatunternehmen stellen, dann ist das ein wichtiger Beitrag dafür, dass es in dieser Stadt besser wird. Wir versuchen wirklich Leute, die sozusagen aus der Bahn geworfen worden sind, aus dem Leben heraus geworfen worden sind, ja auch wieder zu integrieren und zurückzuholen. Das habe ich mir irgendwann mal privat vorgenommen, dass das eigentlich meine Zielsetzung sein soll. Und mein Ziel war ja immer das, dass ich sage, Menschen, die auf der Straße leben, sollen die Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz zu finden, sich wieder integrieren zu können, also nicht nur sozusagen die Medizin darauf zu geben, sondern wirklich eine Lösung, eine Heillösung dazu anzubieten, um die Leute wieder auf die gerade Bahn zu bringen, auf eine geregelte, geordnete Gerade Bahn, wie wir sie kennen. Und da sind natürlich eine Ernährung, da ist eine Unterkunft, da ist Hygiene, da ist ein vernünftiger Umgang untereinander, also nicht das Duzen, sondern wir haben uns alle gesiezt auch in der Halle drinnen, um einfach sozusagen auch einen Respekt auch gegenüber der anderen Person teilhaben zu lassen. Das sind ganz wichtige Schritte. Die Menschen werden normalerweise auf der Straße wie Abfall irgendwie behandelt. Man guckt sie nicht an, man duzt sie, geweckter, penner, sandler, was auch immer. Und wir haben jetzt hier wirklich versucht, den Menschen wirklich wieder menschlich werden zu lassen und ihm auch einen Respekt zu bekunden, auch wenn es ihm jetzt von mir aus nicht gut geht. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben muss. Und da bin ich natürlich auch gerne da und helfe weiter. Und da bin ich natürlich auch gerne da und helfe weiter. Aus Erfahrung hatten wir vielleicht in den ersten Jahren ein bisschen einige Probleme. Das Jahr war es besser. Heute sind wir definitiv, dieses Jahr war problemlos. Also ohne Probleme ist die komplette Wintersaison erfolgreich gewesen. Ich hatte definitiv keine Reise aus Hamburg nach Berlin wie das erste Jahr gebraucht. Das erste Jahr war ein bisschen komplizierter, ich musste es so oft sorgen, dass es alle Technik läuft und alles läuft. Und dieses Jahr definitiv hatte ich diese schnelle Reise nach Berlin nicht mehr gebraucht. Denn wir haben gesorgt, dass alles besser und effizienter ist. Wir wollen sehr gerne auf dieser Fläche bleiben. Sie ist exzellent geeignet. Wir verhandeln mit dem Senat und der Deutschen Bahn Immobilien, die als Vermieter in Frage kommen. Die Fläche ist deshalb gut geeignet, weil Obdachlose nur Einrichtungen im inneren Ring der U&S Bahn in Berlin ansteuern. Alternativ werden wir umziehen müssen, falls die gesamte Fläche am Containerbahnhof für eine Flüchtlingsunterkunft belegt werden muss. Dies wird sich in den nächsten Wochen zeigen bei der Entwicklung der Flüchtlingszahlen und bei den Gesprächen zwischen allen Beteiligten. Unserer Meinung nach können die Einrichtungen gut nebeneinander stehen. Wir würden uns freuen, hier zu bleiben. Heute in der heutigen Wirtschaft ist Sponsoring immer geknüpft mit was bekomme ich wieder zurück dafür. Das verstehe ich aber eigentlich gar nicht als Sponsoring, sondern das ist dann eigentlich eine Werbung, die ich betreibe. Auch hier müssen wir einfach von den Begrifflichkeiten, wie wir sie gewohnt sind zu benutzen, vielleicht mal echt darüber nachdenken, ob wir da das richtige Wort dafür verwenden. Geschenk wäre falsch. Wir sind ja auch aktiv hier und helfen ja auch die ganze Saison über. Wir versuchen auch mit unserem technischen Team, mit unserem technischen Equipment, mit der Halle, es sind ja auch immer zwei Personen, auch immer das ganze Saison vor Ort, das Ganze auch mit Leben zu erfüllen. Das heißt, ein Geschenk kann man da nicht sagen, ich kann ja niemandem herschenken, aber ich kann zumindest diese Leistung sponsoren, also diese Leistung quasi unentgeltlich zur Verfügung stellen. Ein Obdachloser bringt kein Geld. Das ist eine Zielgruppe, wo ich gar nicht nachdenke darüber, ob die vielleicht irgendwann mal Kunde werden kann oder so. Vielleicht, ja, aber das kann mit Sicherheit nicht die Regel sein, das ist eher ein Ausnahmezustand. Aber ich finde, man muss es einfach machen, weil es notwendig ist, es zu tun. Und wie man so sieht, wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Das war die Wärmehallensaison 2015-2016. So was kann man auch machen. Man muss ja nicht immer nur den FC Bayern München helfen, man kann ja auch den Menschen direkt helfen. Das ist ein ganz anderes Projekt und ein Projekt, was wirklich wichtig ist. Ich bin natürlich total froh als Berliner, dass die Wärmehalle hier in meiner Heimatstadt stand. Über 15.000 Übernachtungen, das ist eine Hausnummer. Das Problem ist für die Menschen natürlich nicht gelöst, sie sind nach wie vor obdachlos, aber die schlimmste Jahreszeit ist überstanden. Und wenn wir alle zusammenhalten und etwas tun, dann können wir vielleicht den Menschen das Problem wirklich irgendwann von den Schultern nehmen und dafür sorgen, dass alle bei sich zu Hause schlafen können. Soweit Leben mit der Energiewende TV. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Okay, dann wollen wir für heute starten. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marc Merz von Care Energy. Das ist die Kollegin Frau Wohlwendt von der Pressearbeit bei der Berliner Stadtmission. Und heute ist Tag der Abschlusspressekonferenz für die Kältesaison in unserer gemeinsamen Wärmehalle hier. Im Anschluss an den Terminen können wir gerne noch jeden O-Ton machen, auch einzelne Fotos. Kein Problem. Ich würde sagen, wir starten mit zwei Statements, der für dieses tolle Projekt verantwortlichen und machen danach die Fragerunde. Auf dem Podium darf ich vorstellen Herrn Pastor Lenz, der Chef der Berliner Stadtmission. Daneben Herr Christek, der Chef von Care Energy. Die Berliner Stadtmission ist der Betreiber, hat alles vor Ort organisiert, hat die Küche gebaut, hat die Küche betrieben, ist mit dem Personal vor Ort. Wir von Care Energy haben die Halle gekauft, aufgebaut und kommen für alle damit in Verbindung stehenden Kosten auf. Sei es Energie, sei es Miete, was auch immer sonst noch so anfällt in der technischen Einrichtung, die Container, Strom, Wasser. Damit genug der Vorrede. Wenn Sie noch technische Fragen haben, können wir das im Anschluss auch gerne machen. Die Daten kann ich eins zu eins runterrappeln inzwischen und es ist jedes Mal wieder spannend. Wer möchte das erste Statement? Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Martin Christek. Ich bin von der Care Energy, Eigentümer und Gründer. Für mich ist es natürlich eine Riesenfreude, dass ich auch jetzt die dritte Saison, gemeinsame dritte Saison, dieses Projekt gemeinsam mit der Berliner Stadtmission erledigen und positiv absolvieren durfte. Was ist geschehen? Wir haben drei Jahre jetzt in der Wintersaison mittlerweile dieses Haus hier, diese Halle in Betrieb, wird immer temporär errichtet. An dieser Stelle herzlichen Dank an die vielen, vielen freiwilligen Helfer, die uns da immer wieder unterstützen, das Ganze an, auf und ab zu bauen. Wir haben hier 100 Plätze, die wir tagtäglich gefüllt haben mit obdachlosen Mitbürgern, die eben Zuflucht hier gesucht haben vor der Kälte des Winters. Heute spürt man es natürlich nicht mehr so, es ist schon sehr, sehr warm draußen, dementsprechend auch ein schöner Ausklang unserer Kälte, Hilfe unserer gemeinsamen. Aber man darf halt eines nicht vergessen, wenn jemand auf der Straße lebt, dann ist es natürlich für diejenigen Menschen, die nicht auf der Straße leben, fast nicht vorstellbar, was da eigentlich vorgeht, welche Leiden diese Menschen auch sozusagen hier wirklich 24 Stunden am Tag über sich her gehen lassen. Ob verschuldet oder unverschuldet, lasst man außen vor, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, sondern wir sehen hier einfach nur Menschen, die Hilfe brauchen, die leider Gottes sehr, sehr ausgegrenzt werden von unserer Gesellschaft. Das ist alles andere wichtiger als ein obdachloser Mitmensch. Wir sehen das anders. Wir sehen nicht den obdachlosen Mitmenschen, sondern wir sehen den Mitmenschen. Den Mitmenschen, der eine Hilfe benötigt. Und wenn wir helfen können, dann werden wir das auch tun. Das beweisen wir jetzt seit der Existenz des Unternehmens und speziell jetzt die dritte Generation oder Saison hier in der Wärmehalle. Wie man dann vielleicht merkt, ist es kein kommerzielles Interesse, das hier verfolgt wird, sondern das ist de facto eine Herzensangelegenheit, auch meinerseits. Ich habe in Hamburg begonnen, damals vor vier Jahren mit Picass Suppe auszuschenken während der Weihnachtszeit, während der Kältezeit. Das ist dann bis Ostern gegangen und habe das Projekt eben auch dankenswerterweise hier ausbauen können oder etablieren können. Und es ist sehr, sehr erfolgreich geworden. Ansonsten muss man sagen, ich werde es auch nächstes Jahr tun, wenn ich es tun darf und tun kann. Wir sind hier über diesen Standort, der uns zugeteilt worden ist oder den uns auch die Deutsche Bahn dann zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise zu helfen zur Verfügung gestellt hat, sehr, sehr glücklich darüber. Das hat also sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben erstmals eine Betonfläche als Unterboden gehabt, also früher war es sozusagen auf Erde gebaut, heute haben wir eine Betonfläche. Man sieht nach der Saison, es ist immer noch ein tadelloser Boden, wo jeder von uns auch sagen kann, ja, da kann man leben, das ist in Ordnung. Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Gesamtprojekt jetzt gemacht, obwohl natürlich anfangs speziell, also 2014 auch dieses Projekt sehr, sehr stark immer angegriffen und kritisiert worden ist, denke ich, dass sich eine Hilfeleistung nicht durch eine Kritik unterbinden lassen soll. Sondern man muss ganz einfach stur, wie ich nun mal bin, seinen Weg suchen, seinen Weg gehen und jeden Morgen zufrieden in den Spiegel gucken können und sagen, hast du gut gemacht. Und so genau machen wir weiter. Danke vielmals. Die Kältehilfe in Berlin hat im vergangenen Winterhalbjahr mehr Plätze als je zuvor zur Verfügung gestellt, von gut 80.000 auf über 100.000 Plätze. Wir als Berliner Stadtmission hatten gesagt, nachdem wir im vergangenen Winter mehr als die Hälfte aller Plätze in der Kältehilfe betreut haben, wollen wir in dieser Saison gar nicht uns noch weiter, was die Zahlen angeht, verstärken, sondern eher qualitativ eins draufsetzen. Faktisch ist es so, dass der Senat seine Ankündigung wahrgemacht hat, bei Bedarf die Plätze zu erhöhen. Da haben der Senator und der Staatssekretär vorher das gesagt und haben es auch eingehalten. Es gibt einen Kältetoten zu beklagen in Berlin. Platz wäre für ihn noch in einer unserer Notübernachtungen gewesen. Das Problem ist ja nicht nur Plätze vorzuhalten, sondern auch die Menschen dazu zu bewegen, die Angebote, die da sind, wahrzunehmen. Ich will also sagen, es ist besser geworden. Das Zweite, was ich dann aber auch sagen muss, ist, wir haben auch noch mal mehr obdachlose Menschen als in den Jahren zuvor bei uns gehabt. Also für die, die hier sind, ist es vielleicht gar nicht so viel besser geworden. Es sind genauso viele auf der Straße gewesen wie im Winter vorher. Wir brauchen Plätze. Wir haben hier das eine Modellbeispiel mit unserer Halleluja, wie wir sie nennen, für eine wirklich gute Kooperation von denen, die sich zivilgesellschaftlich und von Behördenseite her verantwortlich fühlen. Die Idee kennen Sie. Care Energy hat diese Halle gekauft, baut sie auf, sorgt dafür, dass Licht und Heizung reinkommen und auch, dass die Ausstattung mit diesem Teppichboden zum Beispiel da ist. Wir als Berliner Stadtmission mit einer großen Erfahrung im Bereich der sozialen Arbeit kümmern uns um die Betreuung der Menschen. Und die Behörden, also der Senat, aber auch der Bezirk hier, die sorgen dafür, dass wir dann finanziell die Arbeit tun können. Wir bekommen Zuwendungen für die Arbeit, die wir tun. Und die machen eben auch möglich, dass wir diesen Platz genehmigt bekommen. Also drei große Mitspieler für ein schönes Projekt. Das Team hier hat das ganze Winterhalbjahr durch eine wirklich große Arbeit geleistet. Wenn Sie sich schon mal gefragt haben, warum wir nach der Kältehilfesaison am 1. April einfach aufhören, dann hat es faktisch zwei Gründe. Das eine ist, es ist eine Notübernachtung. Wir wollen die Menschen, die wir hier haben, nicht in der Obdachlosigkeit halten, sondern wir möchten verhindern, dass sie erfrieren, um es mal ganz einfach zu sagen. Wir möchten, dass sie würdig über den Winter kommen und wir laden sie ein, die Hilfeangebote, die es ja gibt, in Anspruch zu nehmen. Und deswegen können wir dieses Notübernachtungskonzept nicht perpetuieren, also immer laufen lassen. Wir wollen nicht, dass Menschen sich daran gewöhnen, dass sie irgendwo einen Platz kriegen und ansonsten vor sich hin vegetieren. Einer unserer Mitarbeiter, Dieter Puhl, der die Bahnhofsmission am Zoo leitet, der ganzjährig sich da also für Obdachlose engagiert, der sagt, Obdachlosigkeit ist eine Form von Suizid auf Raten. Die Menschen, die draußen sind, die haben die Hoffnung aufgegeben zum guten Teil. Wir möchten, dass sie wieder Hoffnung kriegen, aber wir müssen ihnen auch einen Anreiz bieten. Kommt raus aus dem Elend. Das ist der Teil eins, warum wir nicht ganzjährig solche Notunterkünfte haben. Der Teil zwei ist, dass das Team, was hier gearbeitet hat, und das gilt ähnlich für die anderen Notübernachtungsplätze in Berlin, dass die jetzt auch einfach mal fertig sind. Ein halbes Jahr lang Nachtschichten. Das ist eine hoch anspruchsvolle Arbeit. Da wird auch ein Elend sichtbar, was wir, die wir so zu Hause leben, normalerweise nicht sehen. Obdachlosigkeit ist zum guten Teil unsichtbar. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass ein Obdachloser zum Beispiel beide Beine amputiert hat und im Rollstuhl sitzt und wundgelegen ist und dann abends völlig eingekotet bei so einer Notübernachtung ankommt, mag das Kopfkino losgehen. Das ist nicht einfach für die, die hier bei uns mitarbeiten. Die machen das ein halbes Jahr und sie werden dabei auch begleitet. Aber jetzt brauchen die auch eine Pause. Es gibt ganzjährige Angebote, die weiterlaufen. Der April ist für viele von denen, die hier bei uns gewesen sind, jetzt die schwerste Zeit. Denn sie haben nicht mehr die Anlaufstelle, wo sie hinkommen können, ordentlich untergebracht sind, die Nacht über Abendessen bekommen, Frühstück und noch einige weitere Angebote, zu denen ich gleich noch was sage. Mein zweiter Punkt, den ich sagen will, wir hatten vor einem halben Jahr, als wir hier saßen, gesagt, wir werden nicht zulassen, dass zwischen der Flüchtlingshilfe und der Obdachlosenarbeit Konkurrenz entsteht. Das hat in diesem Winterhalbjahr in Berlin tatsächlich funktioniert. Es gab damals die Sorge, jetzt kommen ach so viele Flüchtlinge und die nehmen dann den deutschen Obdachlosen die Plätze weg. Das ist nicht passiert. Es war auch Unsinn. Aber wichtig ist jetzt erst mal, wir haben das auseinanderhalten können. An der Stelle hat unser Hilfesystem gut funktioniert. Menschen, die zum Beispiel vom Kältebus nachts irgendwo mitgenommen wurden, wo dann klar war, das sind Migranten, Flüchtlinge, die sind dann auch zu den entsprechenden Einrichtungen gebracht worden. Also keinem Obdachlosen ist hier irgendwie weniger zuteil geworden, weil so viele Menschen aus den Kriegs- und Krisengebieten der Welt zu uns gekommen sind. Und mein dritter Punkt, ich hatte vorhin gesagt, wir hatten uns vorgenommen, die Arbeit nicht quantitativ, sondern eher qualitativ auszubauen. Wir haben hier, das ist aber eher, was Herr Christek mal hätte sagen können, noch mal einige neue Angebote. Teppich, Boden oder so ist einfach, aber wir haben hier zum Beispiel eine Zahnarztpraxis gehabt, die einmal die Woche aus Hamburg rübergefahren wurde. Da hat Herr Energy ein Zahnarztmobil. Und es ist Menschen so geholfen worden, dass Kleinigkeiten gemacht wurden, aber hin bis zu mittelschweren Gebissanierungen sozusagen, von Menschen, die ansonsten weder einen Anspruch, weil sie keine Versicherung haben, weder einen Anspruch haben, noch den Mut hätten, sich irgendwo hinzubegeben. Da ist mehr geworden. Also die Beratungsarbeit ist intensiviert worden. An anderen Stellen haben wir bei uns im Zentrum am Hauptbahnhof Krankenzimmer, Pflegezimmer eingerichtet, damit die, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, weil sie behandelt wurden, wo ein Arzt normalerweise sagt, dann geh mal nach Hause und leg mal eine Woche die Beine hoch, dann bist du wieder in Ordnung. Das kann ein Obdachloser nicht, damit diese Menschen dann auch einen Ort kriegen. Das haben wir in diesem Winterhalbjahr gehabt und das wollen wir jetzt auch in den kommenden Monaten weiterführen. Oder eine Sache, die Sie auch vielleicht mitbekommen haben im Dezember ist am Bahnhof Zoo ein Hygienezentrum eingerichtet worden, eine Möglichkeit für obdachlose Menschen schlicht mal zu duschen, auf Toilette zu gehen, in der kalten Zeit auch mal ein paar Minuten im Warmen zu verbringen. Das, was hier passiert, in dieser Halle hat an manchen Stellen Modellcharakter. Das will ich auch mal sagen, vor drei Jahren ist diese Halle als Traglufthalle, als Notunterkunft, als Notübernachtung für Obdachlose eingerichtet worden. Vor anderthalb Jahren haben wir als Berliner Stadtmission diese Idee von uns gemeinsam sozusagen geklaut und haben eine Notunterkunft für Obdachlose so eingerichtet, für Flüchtlinge eingerichtet, pardon. Das war im November 2014 die Notunterkunft für Flüchtlinge des Landes Berlin mit 300 Plätzen. Inzwischen haben wir, glaube ich, 23.000, 22.000 Plätze in Berlin. Aber da haben wir das Modell einer solchen Einrichtung übernommen, weil es ein tolles Modell ist. Inzwischen gibt es über die ganze Republik verbreitet verschiedene Traglufthallen, die als Notunterkünfte für Flüchtlinge genutzt werden. Die Idee war nicht unsere, aber wir haben sie, und da sind wir uns sehr einig, weitergegeben, weil es eine gute Möglichkeit ist, Menschen unterzubringen. Wir sitzen jetzt hier im Warmen. Im Sommer ist eine Traglufthalle eher schwierig. Die für Flüchtlinge, die muss da mit einer reflektierenden Plane abgedeckt werden. Es muss eine Kühlung dazu. Im Winter ist das einfach nur klasse, weil hier ein großer, offener, heller Raum ist. Das ist für die Menschen, die hier übernachtet haben, insgesamt 15.000, über 15.000 Übernachtungen, glaube ich, wirklich ein Segen gewesen. Und dafür von uns als Betreibern, als bei der Stadtmission an Care Energy auch nochmal ein großes Dankeschön. Danke. Ja, vielleicht darf ich nochmal ganz kurz dazu was sagen, warum ich so wenig manchmal dazu sage. Man kennt mich doch eher, dass ich viel rede, aber in manchen Sachen eher zurückhaltend bin. Ich überlasse Ihnen dann gerne das Wort, wie Sie es empfunden haben. Das ist mir persönlich mehr wert, als ich berichte Ihnen, was wir vorgehabt haben. Vielleicht aufgreifend nochmal das Zahnmobil oder der mobile Zahneinsatz, den wir hier in dieser Saison das erste Mal getestet haben. Wir sind ja nicht ein Energieversorger, wie man ihn kennt, dass man einfach Strom und Gas irgendwo aus einer Leitung oder aus einer Steckdose bekommt, sondern wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Und dieses Dienstleistungsunternehmen beschäftigt sich unter anderem auch mit Strom und Gas, mit Energieträgern, ganz klar. Aber genauso mit Telekommunikation, so haben wir diese Halle auch erstmalig jetzt mit Internet versorgt, über unser Satellitensystem, das Sie draußen noch montiert sehen. Das heißt, es ist ein bidirektionaler Weg zur Aufnahmekommunikation mit dem Satellit. Und haben hier unseren Gästen Internet zur Verfügung gestellt. Jetzt kann man natürlich sagen, was macht ein Obdachloser mit Internet? Ja, auch ein Obdachloser hat die Bedürfnisse zu erledigen. Vielleicht mag er aus seiner Not herauskommen, mag sich einen Job suchen, mag ein Bewerbungsschreiben verfassen, hat vielleicht einen Amtsweg, wo er morgen ein Dokument braucht, wo er recherchieren muss, was zu tun ist. All das ist hier hinten gemacht worden, an einem Computer, der auch hier zur Verfügung gestellt worden ist, wo die Gäste hier also ihre persönlichen Notdürftigkeiten in der virtuellen Welt, also im Internet sozusagen realisieren konnten. Das Zahnmobil, ein Medical Service, Care Medical Service, ist auch eine Dienstleistung von uns. Vielleicht hat der eine oder andere diese Gesundheitskarte schon gesehen. Da organisieren wir kleinere Praxen gemeinsam. Und eine dieser Praxen ist eben Christine Alt, eine Hamburger Zahnärztin. Und Christine ist eine liebe Freundin, auch von mir. Und ich habe sie gebeten, wäre es vielleicht möglich, einmal in der Woche hier Zahnarztdienst zu machen. Weil wir eben sahen in der Vergangenheit, medizinische Betreuung ist etwas problematisch. Und sie hat sich bereit erklärt, dieses zu tun. Wir haben die Kosten dafür übernommen. Ganz klar, ihr Einsatz, ihr persönlicher Einsatz war for free. Das hat sich also absolut frei gemacht, wenn Material sozusagen für Zahnersatz oder Gerätschaften, die gekauft worden sind, das haben wir natürlich übernommen. Aber sonst war der Einsatz von der Zahnärztin die ganze Saison mitsamt dem Zahnarzthelfer, mit dem Assistenten, vollkommen kostenlos. Das hat sich auch als Herzensangelegenheit erledigt. Wenn jemand so eine Herzensangelegenheit realisieren möchte, dann helfe ich auch gern dabei. Das heißt, wir sind nach Bayern gefahren, haben vom Bayerischen Roten Kreuz einen Rettungswagen gekauft. Der irrsinnig kompliziert anzumelden war. Deshalb sind wir immer mit so Kurzzeitkennzeichen spazieren gefahren. Also man sieht oft im Detail, ist es dann sozusagen wirklich problematisch. Da ist dann die Behörde sozusagen ein Behördenkrieg schon fast. Wie kriegt man so ein Fahrzeug angemeldet? Na gut, dann sind wir heute immer mit Kurzzeitkennzeichen von Hamburg nach Berlin gefahren. Mit der Zahnärztin an Bord. Ich habe eine mobile Zahnpraxis, also so ein Boraset und das ganze Ding da gekauft. Ja, somit können wir mittlerweile jetzt auch für andere Einsätze sozusagen unsere Zahnärztin lossenden. Sei es in Altenheimen, in Pflegeheimen, also wo Menschen sozusagen bettlägerig sind und normalerweise eine zahnärztliche Versorgung dann sehr, sehr schwierig ist, können wir also mobil wirklich hinfahren und können den Menschen helfen. Das war hier die ganze Saison im Einsatz, hat wunderbare Dienste verrichtet. Ja, also wir haben von Plombieren, also Füllungen in den Zähnen, über Extraktionen, also Zahnreißen, bis hin auch zu Teil- und Vollprothetik hier gemacht. Ja, also die Leute haben auch Prothesen bekommen, Zahnprothesen bekommen. Das hört sich, ich sage mal, für unser Eins, der damit eigentlich kein Problem hat, ist das eigentlich eine Dienstleistung oder eine Leistung, wo man so drüber hinweg guckt. Ja, muss ich halt zum Zahnarzt gehen? Tut weh, aber okay, kann ich ja. Die Menschen können halt nicht. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie nichts mehr im Mund haben, außer vielleicht einen Zahn, dass das Essen eine Schwierigkeit wird. Ja, also es wird alles sehr, sehr schwierig und für den allgemeinen Zustand des Körpers ist das natürlich ganz, ganz schlecht. Energetisch gesehen, was sehen wir hier? Möchte ich auch ganz kurz sozusagen Bezug nehmen darauf. Es sagt ja, die Allgemeinheit, eine autarke Energieversorgung ist nicht möglich, zu kostenintensiv oder vielleicht auch gar nicht gewünscht. Was wir hier sehen, ist eine Mobilie, kann ich ja wieder wegnehmen, aber eine sehr große Mobilie, die permanent Energie verbraucht, um den Luftdruck zu halten. Also das Gebäude per se muss wirklich mit Energie versorgt werden, sonst klappt das einfach zusammen. Das ist realisiert worden durch diesen Photovoltaik-Container, den Sie auch im Hintergrund sehen. Wenn Sie dann das Gebäude verlassen, sehen Sie den Satellitenschüssel und den Photovoltaik-Container, der vollgepackt ist mit einem Batteriensystem, der seine Photovoltaikflächen obendrauf hat. Und der hat das Ding versorgt. Der öffentliche Netzanschluss hier war nur ein Notfalls-Backup. Nicht mehr und nicht weniger. Sollte wirklich mal irgendwas passieren, das trotz alledem Strom da ist. Heizung, Flüssiggasanlage hinten. Also auch eine komplette dezentrale Lösung. Keine Fernwärme, kein elektrisches Netz, das sozusagen genutzt wird, sondern wirklich alles autark hier errichtet. Gern noch sage, es funktioniert, wenn man möchte. Es muss immer ein Wille da sein, der sozusagen diesen Weg beschreitet. Und man darf sich halt von seinem Weg nicht abbringen lassen. Das ist vielleicht die Message, die ich heute auch jedem mitgeben mag. Man darf sich von seinem Weg nicht abbringen lassen. Sondern den Weg, der uns vorgesehen wurde, den wir uns überlegt haben, den wir geplant haben, der jeder von Ihnen einzeln geplant hat. Verfolgt dieses Ziel konsequent. Und ihr werdet das Ziel erreichen. Danke vielmals. Ich würde sagen, wir starten mit der Fragerunde. Vielen Dank erst einmal für die Statements. Ich möchte Sie bitten, bei den Fragen hier auch das Mikro zu benutzen, damit wir es für die Kameraaufzeichnung richtig verwenden können. Wer mag beginnen? Claudia Fuchs, Berliner Zeitung. Ich wollte gerne wissen, von wann bis wann wurde die Halle geöffnet? Die war ja vermutlich nicht rund um die Uhr offen. Und wie viele Leute haben hier mitgeholfen? Und vielleicht können Sie noch was sagen über die Klienten oder die Kunden, die hier waren. Das waren vermutlich mehrheitlich Männer. Welche Altersgruppe? Geöffnet wurde hier um 21 Uhr. Und morgens um 8 Uhr wurde auch wieder zugemacht. Also 6 Uhr Wecken und Frühstück. Dabei auch Beratung durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und dann mussten alle wieder raus. Notübernachtung. Es sind nur Männer hier gewesen. Das hängt damit zusammen, dass hier, wie in allen Notunterkünften, das gilt ähnlich im Flüchtlingsbereich auch, Frauen oder gar Kinder besonders geschützt werden müssen. Also, das Verfahren ist so, wenn hier eine Frau angekommen ist, dann konnte sie mit dem Kältebus zum Beispiel zu uns ins Zentrum am Hauptbahnhof in eine andere Notübernachtung gebracht werden. Da gibt es eigene Räumlichkeiten, in denen Frauen sind. Noch mehr gilt das für Kinder, die in Familien mit dabei sind. Es gibt auch obdachlose Familien immer wieder. Auch dafür ist in diesem Winter eine erste eigene Einrichtung aufgemacht worden. Die Männer, die hier sind, gehen über alle Altersklassen. Also mit 18 Jahren geht es los. Weil viele von denen, die obdachlos sind, hier landen auf der Suche nach Arbeit. Die kommen aus mitteleuropäischen und osteuropäischen Ländern, suchen hier Arbeit. Das Geld geht zur Neige und sie landen irgendwann auf der Straße. Und da sind eben Männer in allen Altersgruppen dabei. Auch sehr junge. Aber wir haben auch welche, die über 80 sind, für die es dann gesundheitlich noch mal schwerer ist. Ich habe keine Statistik. Das halten wir auch wirklich nicht nach, aus welchen Altersgruppen welche Menschen kommen. Es ist so, dass ungefähr zwei Drittel derer, die hier unterkommen, nicht oder nur schlecht Deutsch sprechen. Also viele gescheiterte Arbeitsmigranten, ein Teil davon aus EU-Ländern, ein Teil davon aus der Ukraine oder so. Also von jenseits der Grenzen der Europäischen Union. Waren das die Fragen? Ich glaube, ne? Ah, Mitarbeiter. Insgesamt. Bitte? Also okay, es gibt erstmal beruflich, also bei uns angestellte Menschen. Das sind zwei und dann gibt es dazu weitere pro Schicht etwa sechs, die die Aufgabe verbindlich übernommen haben. Die also auch von uns mit zu diesem geschulten Team gehören. Und dazu gibt es dann immer noch Ehrenamtliche, die sich einklinken. Wir machen mit denen vor Beginn der Kältehilfesaison immer eigene Schulungen. Es ist eine eiserne Regel bei uns, dass die Menschen, die hier ankommen, nicht als Obdachlose bezeichnet werden und schon gar nicht als Penner oder weiß der Geier wie, sondern wir reden von ihnen als Gäste. Und achten sehr darauf, dass wir das auch, wenn wir untereinander planen, dass wir auch dann immer schon von Gästen reden, weil das sozusagen weg von der Großhirnrinde ins Herz gehen muss, damit die, die bei uns mitarbeiten, die, die hier ankommen, dann wirklich auch als Gäste behandeln. Also die werden die Reihe durchgesiezt. Und was dann zum Beispiel spannend ist, wenn jemand ankommt, der Sternhagel voll ist, unter Drogen steht oder eben schwer angetrunken ist, der auch nicht mehr ganz gerade gehen kann. So jemanden duzt man eigentlich gern. Machen wir nie. Die Menschen werden als Gäste behandelt. Das springt auch über. Es gibt dafür, dass hier doch viele Menschen mit erheblichen Schwierigkeiten, auch psychischen Erkrankungen sind, wenig Aggressionen, wenig Reibereien, weil sie so behandelt werden, wie sie behandelt werden. Und diese Schulungen, die nötig sind, die sind eben nicht nur für unsere Hauptamtlichen, sondern auch für viele Ehrenamtliche da. Und noch eine Notiz dazu. Ein Teil des Teams, das im letzten Oktober für die Kälthilfe schon geschult worden ist, ist dann auch von uns in eine neue große Notunterkunft für Flüchtlinge gesendet worden. Da haben also Menschen, die sozusagen eine Schulung schon hatten im Umgang mit Menschen ohne Heimat, sag ich mal, die haben dann im Bereich der Flüchtlingshilfe aus dem Stand ganz toll arbeiten können. Und Herr Neugebauer, der Leiter unseres Bereichs Flüchtlingshilfe, hat es hinbekommen, die, die dann für die Kälthilfe gefehlt hätten, also diese Plätze neu zu besetzen, also auch da neue Haupt- und Ehrenamtliche zu gewinnen, das ist eine echte Aufgabe gewesen, aber es gibt Menschen, die machen das. Und es gibt zum Beispiel einen FSJler, der war im vorletzten Winter FSJler bei uns und hat in der Obdachlosenhilfe, in der Kälthilfe mitgearbeitet und hat jetzt den Studienbeginn ein halbes Jahr hinaus geschoben, um dann noch auf Honorarbasis Fahrer eines Kältebusses zu sein. Und das sind die Menschen, mit denen wir hier arbeiten. Also als statistische Anmerkung, ich hatte mit den Leiterinnen zwischenzeitlich gesprochen, bereits Ende Februar waren es über 80 Personen, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich engagiert hatten. 80 verschiedene Personen. Und die Male, wo ich hier gewesen bin, ich habe das Zahnarztmobil immer begleitet und mich dann auch mit den Leuten unterhalten, ich bin auf mindestens zehn Sprachen gekommen. Es ist ein Hobby von mir und Sie können also zehn, insbesondere osteuropäische Länder, sicherlich verbuchen. Carsten Huhn von der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ein, zwei statistische Fragen. Nach Ihrer Schätzung, wie viele Obdachlose gibt es derzeit in Berlin und wie viele davon in Prozent in etwa nehmen Notunterkünfte in Anspruch? Und Frage Nummer zwei, Sie sprachen davon, dass in diesem Winter die Zahl der Übernachtungsplätze von 80.000 auf 100.000 gestiegen sei. Wo kommt dieses Mehrangebot her? Wer hat diese Plätze zur Verfügung gestellt? Zur ersten Frage, wir haben keine verlässlichen Zahlen und die Schätzungen gehen auseinander. Die niedrigste Zahl, die genannt wird, ist die des Senates, etwa 3.000, wobei Stadtsekretär Gerstler oder Senator Czaja auch sagen, 3.000 oder mehr. Nur in Klammern, vor vier Jahren wurde noch gesagt, 800 seien es. Damals hat die Stadtmission gesagt, es sind eher 3.000 als 800. Jetzt sagen wir, also 3.000 sind es ganz bestimmt. Wir rechnen aber eher mit 5.000 oder vielleicht noch mehr Menschen. Wir können das nur versuchen hochzurechnen. Ich sage Ihnen zwei Zahlen, an denen die Probleme auch klar werden. Wir haben pro Tag in unserer Bahnhofsmission am Zoo 600 bis 800 Menschen, die da versorgt werden. Da gibt es einen Wechsel. Da sind aber auch nicht nur Obdachlose dabei, da sind auch einfach Arme. Also Altersarmut ist ein Problem in einer Großstadt. Wir fragen aber nicht vorher, bist du altersarm oder bist du obdachlos oder so etwas. Das ist so eine Zahl, die wir haben. Eine andere Zahl ist die, dass vor zwei Jahren im Winter mal die Menschen, die in unsere Stadtmissionsnotunterkünfte kamen, gefragt worden sind, würden Sie bitte hier Ihren Namen mal aufschreiben. Entweder einen echten Namen oder einen anderen. Aber versprechen Sie uns, wenn Sie morgen wiederkommen, mit demselben Namen sich zu melden. Und dann konnten wir Namen zählen und hatten allein bei uns über 2.500 verschiedene Namen. Was heißt das? Jetzt müsste ein Statistiker helfen, der Ahnung vom Metier Obdachlosigkeit hat. Wir wissen nicht, ob manche Menschen im November hier sind und dann ab Dezember vielleicht in Hamburg. Also wie viel Wechsel noch dabei ist, können wir nicht sagen. 3.000 sind es bestimmt. Da sind wir sicher. Wir hatten jetzt bis zu 820 Plätze pro Nacht, die in Berlin offen gehalten wurden. Also wenn wir freundlich rechnen, hatte jeder vierte Obdachlose die Chance, warm unterzukommen. Vielleicht war es aber auch nur jeder sechste oder siebte. Und die anderen haben tatsächlich draußen geschlafen. Es hat nur relativ wenige Tage mit tiefen Temperaturen gegeben in diesem Winter. Dann ist es ein bisschen einfacher vielleicht. Aber ob man jetzt minus 4 oder minus 15 Grad hat, ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht erleben müssen, da abzuschätzen, was das Schlimmere ist. Und leichte Plustemperaturen, wenn es richtig nass und matschig ist, sind natürlich ganz furchtbar, wenn dann nämlich die Schlafsäcke auch durchnässt sind. Das heißt aber, mindestens 2.000, eher 3.000 oder 4.000 Menschen haben trotz unserer Kältehilfeangebote in Berlin immer noch nachts draußen unter irgendwelchen Büschen oder unter irgendwelchen Brücken schlafen müssen. Genau, da ist gesucht worden. Das waren tatsächlich diesmal nicht wir als Berliner Stadtmission, die GBW. Es gibt ja noch andere Anbieter mit uns. Das Deutsche Rote Kreuz hat einen Wärmebus, der abends von 6 bis 18 bis 24 Uhr fährt. Die GBW, Caritas, es gibt gemeinsame, gemeinsam getragene Unterkünfte. Es gibt zwölf evangelische und eine katholische Kirchengemeinden, die Nachtcafés haben. Die sind sowieso da gewesen. Und der Senat hatte dann unter den verschiedenen Betreibern gefragt, wer könnte gucken. Die haben tatsächlich ein Gebäude gefunden. Da konnten Familien untergebracht werden, ein weiteres Gebäude, wo nochmal um 120 Plätze aufgestockt werden konnte. Also da muss man dem Senat wirklich ein echtes Lob auch aussprechen. Wir kritisieren manchmal, was auch unser Job ist. An der Stelle haben sie wirklich auch ihr Versprechen eingehalten. Was klasse ist. Also es gab für den Tag im Durchschnitt 214.000 Jahre. Übernachung. Was passiert jetzt mit der Halle? Ja, die wird jetzt in dieser Woche jetzt dann anschließend wieder abgebaut. Wird wieder ordentlich verpackt. Das Ganze hatte Platz in mehr oder weniger zwei bis drei Containern. Und kommt dann wieder zu uns ins Zentrallager. Und wartet auf den Einsatz. In Hamburg ist das. Und wartet hoffentlich auf den Einsatz. In diesem Jahr. Aber wenn es wieder kalt wird. Und in einen weiteren Container kommen dann die Sachen der Besiener Stadtmission. Also die für den Betrieb nötigen Geschichten. Da hinten sind Waschmaschinen, Kühlschränke und so etwas. Das packen wir auch so ein, dass es dann zur nächsten Kälthilfesaison schnell wieder ausgepackt werden kann. So ist die Idee. Und dann hoffentlich wieder hier. Da müssen wir noch schauen, ob wir diesen Platz auch wieder kriegen können. Diese große Fläche lädt ja ein, alles Mögliche da mitzumachen. Das ist ursprünglich Land, was der Deutsche Bahn AG gehört. Und wo jetzt auch überlegt wird, hier könnten auch Unterkünfte für geflüchtete Menschen zum Beispiel hin. Wir werden also schauen. So ein voriges Jahr ist da unser Team mit Jörg Friedl, der da hinten sitzt, Leiter unseres diakonischen Bereiches, sehr auf der Suche gewesen. Aber auch da gemeinsam mit Behördenvertretern, gemeinsam mit Verantwortlichen der Deutschen Bahn ist dann gesucht worden, wo so ein Platz ist. Wir hoffen, dass wir mit dieser Halle auch hier wieder hin können, weil die wirklich exzellent angebunden ist. Und Sie hatten es gesagt, der Boden, Zügigkeit und so, das ist schon ziemlich nah an dem, was wir uns wünschen für so eine Notunterkunft. Aber man sieht, es ist eine Kleinigkeit, das uns sozusagen miteinander verbindet, nämlich die Gäste mit den Betreibern hier. In dem Fall sind wir alle etwas heimatlos und hoffen, dass wir nächstes Jahr sozusagen auf demselben Platz wieder sein dürfen. Die letzten zwei Jahre war es ja am Innsbrucker Platz. Das ist uns ja dann nicht mehr zur Verfügung gestanden, das Areal. Und jetzt das erste Jahr hier am Containerbahnhof. Wie gesagt, die Zukunft ist halt etwas ungewiss. Wir wissen nicht, ob wir es wieder machen dürfen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, es zu tun, weil einfach die Location gezeigt hat, dass sie genau richtige Wahl war. Aber in dem Fall verbindet uns die Heimatlosigkeit sozusagen mit den Gästen. Wir werden sehen, wo wir nächstes Jahr übernachten dürfen. Wenn ich an der Stelle die Bitte anschließen darf, das ist ein für uns sehr wichtiges Thema. Wenn Sie einen Kommentar zu den derzeit laufenden Verhandlungen zwischen den Beteiligten machen wollen. Wir sind der Meinung, dass eine Flüchtlingsunterkunft hinten auf der Fläche und eine Obdachlosenunterkunft hier vorne sich auch im Winter exzellent vertragen würden. Platz genug sollte da sein und es sollte auch nie in irgendeiner Form dazu kommen, dass man dazwischen abwägen muss, welche der schwachen Gruppen der Gesellschaft eigentlich wo einen Platz auch relativ innenstadtnah hat. Was insbesondere für Obdachlose in ihrem Bewegungsverhalten sehr wichtig ist. Ich habe eine große Frage an Herrn Lenz. Herr Lenz, Sie blicken jetzt drei Jahre auf die Zusammenarbeit mit Care Energy zurück. Wie war die Entwicklung und jeder Mensch hat einen Wunsch und was wünschen Sie sich jetzt für das Nächste bzw. für die nächste Zukunft? Das ist relativ einfach zu beantworten, dass es so weitergeht. Nicht so gemeint, dass ich mir das selber nochmal wünsche, sondern wir haben angefangen und weitergemacht und uns von Jahr zu Jahr verbessert. Ich habe die Punkte ja soeben benannt. Die Sache mit dem Zahnarzt-Service war nicht unsere Idee, sondern das war eine Idee von Care Energy. Also da solche Meilensteine erneut zu setzen, das wäre mein Wunsch. Und das andere ist, da soll es einfach so weitergehen wie bisher, dass es nämlich eine sehr einfache Zusammenarbeit ist. Da haben also mal ein Wirtschaftsunternehmen und ein Sozialdienstleister entdeckt, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Und dann wird miteinander gesprochen und dann auch wirklich sehr zielgerichtet umgesetzt, wie es gehen kann. Das finde ich klasse und wie ich eingangs sagte, auch modellhaft. Wenn ich es richtig sehe, sind wir hier in Berlin jedenfalls die einzigen, die so ein Modell fahren. Also Behörden, Betreiber, Sponsor. Und das ist das, was hoffentlich auch noch für andere Orte, auch gar nicht mit anderen Betreibern noch mehr so sein könnte. Also mein Wunsch wäre, so weitermachen, qualitativ weiter sich fortentwickeln und dann habe ich die Hoffnung, dass andere das auch abgucken und wir dann auch noch mehr Plätze haben. Weil Menschen genug, die es nötig haben, haben wir ja in Berlin. Sie haben so lobend die Zusammenarbeit mit Care Energy jetzt eben geschildert. In ein paar Sätzen, wie haben Sie den Kontakt zu Ihr Care Energy geschaffen? Ist Care Energy auf Sie zugekommen oder sind umgekehrt? Vor drei Jahren gab es mich in der Funktion noch nicht. Ich kann also nur vom Hörensagen berichten. Aber es war tatsächlich Care Energy. Also Herr Christek als Person auch, der die Idee hatte, so etwas, solch ein Projekt zu starten. Und Sie sind auf uns zugekommen. Und dann ist gesprochen worden, überlegt worden, wie es gehen kann. Und die Idee mit der Traglufthalle, die ist dann vor drei Jahren eben auch im Winterhalbjahr noch realisiert worden. Wenn der Wille da ist, dann wird es auch gemacht. Das war ja soeben schon mal zu hören von Ihnen. Und wir haben uns da sozusagen eingeklinkt und haben das, was jetzt hier ist, auch gemeinsam weiterentwickelt. Also da, Herr Merz hat es gesagt, der fragt dann ja auch bei unseren Leuten nach, was ist dran, wie könnte was besser werden. Also von daher, die Entwicklung der Sache ist schon eine gemeinsame. Aber der Startpunkt, ganz deutlich, ist bei Care Energy gewesen. Wenn Sie erst so kurze Zeit hier aktiv sind, haben Sie da ein besonderes Erlebnis gehabt, was man sagen kann, das hat Sie wirklich berührt. Und wo Sie sagen, Mensch, wenn Care Energy nicht gewesen wäre, hätten wir dieses Problem vielleicht nicht gelöst. Oder ich hätte diesen Menschen nicht helfen können. Na, das eine habe ich, beide Sachen habe ich gesagt, wenn Care Energy nicht gewesen wäre, hätten wir 15.000 Übernachtungen weniger gehabt in diesem Winter. Und das wäre schwierig geworden. Wir haben die Plätze, die wir angeboten haben, jeweils ausgebucht gehabt. Auch in den letzten Märztagen, als es schon deutlich wärmer wurde, hatten wir hier nicht genau die Zahl von 100, aber 98 zum Beispiel. Also der Bedarf ist wirklich da. Das hätte es nicht gegeben. Und das andere, was ich berührend finde, ich bin einige Male abends hier gewesen, um mal zu schauen, ist der Umgang der Menschen mit den Menschen, die hier hinkommen. Also der Gastgeber mit ihren Gästen, es funktioniert. Hier kommen Menschen rein, denen das Leben in irgendeiner Weise übel mitgespielt hat. Und da ist mir, uns als Betreiber völlig egal, ob das verschuldet oder unverschuldet ist und ob sie uns sympathisch oder unsympathisch sind. Hier kommen Menschen hin, die Probleme mit sich in einem Maß so rumschleppen, wie wir alle das hier nicht tun. Und die kommen hier rein. Und ich habe es zweimal erlebt, da wurde es etwas lauter. Da fingen zwei an, sich zu streiten. Dann gingen aber andere Gäste dazwischen und beruhigten die wieder. Und die haben hier friedlich gesessen und haben sich offenbar wohlgefühlt. Und das hat was mit dem zu tun, was hier ist. Sie sehen da oben die Lautsprecherboxen. Hier gibt es abends zum Essen Musik. Also es soll auch ein bisschen schön sein. Zur Würde eines Menschen gehört ja nicht nur, dass er satt und sauber untergebracht wird, sondern dass er als Gast behandelt wird und dass jetzt hier der Fußboden ordentlich ist und es jedes Mal picobello sauber ist, wenn es losgeht und dass das Essen anständig gemacht wird. Grundessen ist immer ein Eintopf. Das hat mit dem Mangel an Zähnen bei manchen Gästen zu tun. Da gucken wir halt wirklich. Und dass das möglich wird, Menschen würdig unterzubringen, hängt an dem Setting hier. Die Notübernachtung 1, also unsere Stadtmissionsnotübernachtung in der Leerter Straße, hat Räumlichkeiten, die nicht so schön sind, nämlich nicht so offen, so hell. Sie müssen sich vorstellen, dass nachts hier diese Reihen von Lampen dann auch an sind. Das ist ein offenes, helles Ambiente. Und für Menschen, die psychisch auf irgendeine Weise einen Schlag mitbekommen haben, ist das hier eine Umgebung, in der die anständig leben und auch ruhig schlafen können. Und das hat was mit der Halle hier zu tun. Deswegen sage ich das nicht nur, weil man einem Sponsor gegenüber immer auch dankbar sein sollte, sinnvollerweise, weil es praktisch ist, sondern weil es ein gutes Konzept ist, was hier umgesetzt wurde. Dankeschön. Haben wir noch weitere Fragen erst einmal aus der Runde? Dann, wie versprochen, noch einmal die wichtigsten technischen Daten zur Halle. Am höchsten Punkt haben wir eine Lichterhöhe von etwas über 9 Metern. Dort oben befindet sich ein Windsensor, der dafür sorgt, dass der Innendruck der Halle immer über dem Außendruck liegt. Das heißt, selbst bei Sturmböen bis Windstärke 10 ist diese Halle stabil. Sie werden dann innen mehr Luftdruck aufblasen, die Planen sind dann wirklich straff und wir durften es in den vergangenen Wintern bereits durchexerzieren. Es funktioniert sehr gut. Die Grundfläche der Halle sind 32 mal 34 Meter. Sie haben hier also etwas über 1000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Wir haben in vier verschiedenen Abteilen 100 Übernachtungsplätze mit Betten angeboten. Für die Herren, die hier übernachten wollten. Wir haben neben der Heizung eine hier laufende Umluftanlage. Darüber wird die Wärme auch eingespeist. Das heißt, alle sechs Stunden bei Normalbetrieb haben sie die Luft in der Halle komplett ausgetauscht, was für ein sehr gutes Raumklima sorgt. Gleichzeitig können sie dadurch natürlich die Heizung steuern. Also in der Winterzeit, wir sind ausschließlich auf Heizen ausgelegt, nicht auf Kühlen. Sie können natürlich auch ein Kühlaggregat anschließen. In der Winterzeit waren es abends 21 Grad konstant und zum Schlafen dann auf 18 Grad abgesenkt. Das können sie durch die Heizung und die Umluftanlage zu jedem Zeitpunkt hier einrichten. Haben wir noch Fragen zur Technik? Dann würde ich sagen, können wir gerne schließen. Ich danke den beiden Herren nochmal und wir können jetzt noch Einzelstatements, Fotos und ähnliches nach Wunsch machen, was Ihnen am Herzen liegt. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für's Zuschauen.